Durch die Lektion 192 werden wir daran erinnert, ich habe eine Funktion, von der Gott möchte, dass ich sie erfülle. Welche Funktion ist das? Es ist die Vergebung, die wir hier erfüllen und durch die Vergebung erfahren wir, dass wir der Sohn Gottes sind, dass wir eins sind im Geiste Gottes. Es ist der Wille deines Vaters, dass du ihn vollständig machst und dass dein selbst sein heiliger Sohn sein soll, auf ewig rein, wie er aus Liebe erschaffen und in Liebe bewahrt, Liebe ausdehnend, in ihrem Namen erschaffend, auf ewig eins mit Gott und deinem Selbst. Welche Bedeutung kann aber eine solche Funktion in einer Welt des Neids, des Hasses und des Angriffs haben? Deshalb hast du eine Funktion in der Welt, die den Begriffen der Welt entspricht. Vergebung stellt hier deine Funktion dar. Sie ist nicht Gottes Schöpfung, denn sie ist das Mittel, durch welches die Unwahrheit aufgehoben werden kann. Und wer würde dem Himmel vergeben? Auf Erden aber brauchst du die Mittel, um Illusionen loszulassen. Die Schöpfung wartet nur auf deine Rückkehr, um anerkannt zu werden, nicht um vollständig zu sein. Die Schöpfung wartet auf deine Rückkehr durch Vergebung. Vergebung ist das Mittel, durch das wir uns selbst wieder erinnern, was wir sind. Wozu praktizierst du diesen Kurs? Hast du dir diese Frage schon einmal gestellt? Vielleicht. Und vielleicht hast du heute nochmals die Möglichkeit, dies neu zu definieren oder dich daran zu erinnern. Warum praktiziere ich diesen Kurs? Um Frieden, Frieden zu erfahren. Das heißt, wir lassen alle besonderen Dinge, von denen wir dachten, dass wir sie wollen, wir geben diese auf. Wir vergeben diese. Wir wollen nichts mehr Besonderes erreichen. Denn die Besonderheit ist es, die uns unglücklich macht. Die Besonderheit ist es, die uns ja in dieses Drama gebracht hat. Ich bin dieses, ich bin jenes. Ich habe dieses gemacht. Und je an jenes glaube ich und deshalb bin ich es. Wir glauben, begrenzte Menschen sein zu können, die herunterfallende Gläser beobachten können. Nichts davon ist wahr. Doch unsere Gedanken und unser Glaube daran macht es wahr. Warum willst du diesen Kurs machen? Was ist dein Ziel? Wir machen die Welt von allem los, wofür wir sie hielten. Und erst wenn wir die Welt von allem losmachen, wofür wir sie hielten, können wir wirklich sagen, wir praktizieren diesen Kurs. Denn dann praktizieren wir Vergebung. Und das ist unsere Funktion hier. Wenn ich jedoch ständig die alten Rituale wiederhole, die alten Gedanken wiederhole, was soll dann geschehen? Nichts. Gar nichts. Und das müssen wir wissen, zumindest weißt du es jetzt. Du weißt es jetzt, wenn ich meine Gedanken wiederhole. Mein Mann, meine Frau, meine Kinder und so weiter und so fort. Passiert überhaupt nichts. Jedoch, wenn ich einen Gedanken in mir entdecke, mein Mann, meine Frau, meine Kinder, kann ich diesen Gedanken nehmen und ich kann sagen, stopp, diesen Gedanken will ich nicht. Ich wähle den Frieden Gottes. Das ist Vergebung. Und das möchte natürlich geübt werden. Denn der Gedanke, an den du glaubst, in deinem rituellen Denken, in deinen Wiederholungsmechanismen, der gibt nicht auf. Der wird immer wieder auftauchen. Denn dein Mann, deine Frau, deine Tochter, deine Politiker, die haben sich so tief in deinem Geist eingeprägt, dass es nun mal Disziplin benötigt, dieses, was du wahrnimmst, aufzugeben. Wahrnehmung wird durch Projektion erzeugt. Die Ursache der Projektion ist in deinem Geist. Du siehst die Tassen fallen und die Gläser fallen und sie machen Scherben und du glaubst, es existiert. Kann ein Glas, das herunterfällt, zerbrechen, wenn du nicht weißt, dass es zerbrechen kann? Kann dein Partner so sein, wie du ihn siehst? Ohne deinen Glauben daran kann ein Politiker oder die Welt so sein, wie du sie siehst? Ohne deinen Glauben daran kann Mangel, Neid, getrennt sein, sich angegriffen fühlen, verletzt sein, kann all das existieren ohne deinen Glauben daran? Und inzwischen sollten wir so weit fortgeschritten sein, zu verstehen, dass all dies nur deshalb in deiner Welt existiert, weil du daran glaubst. Oder denkst du immer noch, dein Partner existiert unabhängig von dir? Oder denkst du immer noch, dein Arschengel existiert unabhängig von dir? Oder denkst du immer noch, das Gras ist unabhängig von dir grün? Genauso wie du es siehst. Ja, die Welt bestätigt uns natürlich, dass das Gras unabhängig von mir grün ist. Dass mein Partner unabhängig von mir so oder so ist. Oder dass irgendjemand da draußen unabhängig von mir so oder so sein kann. Das ist das Märchen, das wir uns täglich erzählen. Das ist das Schattengeflüster, das wir ständig wahrmachen. All das, was du wahrnimmst, kann nur deshalb wahrgenommen werden, weil du es genau so, aber wirklich genau so sehen willst. Kein Blatt am Baum existiert unabhängig von dir, dem Christus. Und du willst dies genauso sehen, um Bestätigung für diesen Traum zu erhalten. Kein Haar auf deinem Kopf existiert unabhängig von dir. Keine Krankheit existiert unabhängig von dir, dem Christus, der sich durch diese Menschenkörper den Traum bestätigt. Dem schlafenden Christus. Nichts geschieht unabhängig von dir, dem schlafenden Christus, dem träumenden Geist, der Körper träumt und sich durch den träumenden Körper bestätigt, dass dieser Traum wahr ist. Kann in deinen nächtlichen Träumen irgendetwas unabhängig von dir geschehen oder existieren? Keine Vergewaltigung existiert unabhängig von dir, dem schlafenden Christus. Und die projizierten Körper werden benutzt, um den Traum zu bestätigen. Und du bist ein projizierter Körper in einem Traum. Und nur du, nur du allein kannst diesen Traum beenden. Und wir sind hierher gekommen, um diesen Traum zu beenden. Und wenn du diesen Traum beendest, weil du dich dem Schulungsweg dieses Kurses im Wundern hingibst, dann wird dies jeder Geist, jeder träumende Geist, jeder denkende Geist, wird dies erfahren und durch dich erwachen. Und so bist du der Erlöser der Welt, denn du bringst Dunkelheit dort hinein, äh Licht dort hinein, wo bisher Dunkelheit war. Du löst die Dunkelheit auf, du leuchtest sie hinweg. Weil du jeden Gedanken, jedem persönlichen Gedanken, und du kennst deine persönlichen Gedanken, aufgeben möchtest. Stopp! Diesen Gedanken an Trennung, an Schmerz, an Leid, an Krankheit oder was immer dir begegnet, den möchte ich nicht. Ich wähle den Frieden Gottes. Denn meine bedeutungslosen Gedanken haben mir nur eine bedeutungslose Welt offenbart. Eine Fehlschöpfung. Und ich habe den Geist Gottes benutzt, um diese Fehlschöpfung wahrzumachen. Mit all dem Wahnsinn, den ich darin sehe, mit all dem Chaos, den ich darin wahrnehme. Und so sind wir hier, um erneut zu verstehen, was wir hier tun, solange wir unsere Gedanken wahrmachen. Unser Schattengeflüster immer wieder bedeutungsvoll erzählen. Wie lange möchtest du noch deine Geschichte erzählen? Vergebung schaut sanft auf alle Dinge, weil durch die Sanftheit erkennen wir, dass die Welt völlig harmlos ist. So wie jeder Traum. Du weißt, dass ein Traum harmlos ist. Und so schauen wir sanft auf alle Dinge, die unbekannt im Himmel sind, sieht sie verschwinden und belässt die Welt als eine reine und unbeschriebene Tafel, auf der nun Gottes Wort die sinnlosen Symbole ersetzen kann, die zuvor dort aufgeschrieben waren. Vergebung ist das Mittel, durch das die Angst vor dem Tod überwunden wird, weil er jetzt keine grimmige Anzöhnung mehr ausübt und die Schuld vergangen ist. Vergebung lässt den Körper als das wahrgenommen werden, was er ist. Und jetzt höre gut zu. Eine einfache Lernhilfe, die abgelegt wird, wenn das Lernen vollständig ist, aber den, der lernt, in keiner Weise ändert. Der Körper ist eine Lernhilfe. Und durch diese Lernhilfe können wir die Praxis der Vergebung in allem anwenden. Alle Dinge, die mir erscheinen, sind Dinge, von denen Gott will, dass ich sie vergebe. Alle Dinge. Komplett und vollständig. Nicht der Körper lernt, sondern der Geist, der unveränderlich ist. Der Körper lernt gar nichts. Der Körper kann nicht lernen. Er ist ein völlig neutrales Ding. Und er empfängt die Information, die der Geist auf ihn überträgt. Solange der Geist denkt, dass diese Welt der Begrenzungen mit all dem, was sich darin befindet, die Welt des Vergänglichen wahr ist, muss der Körper als Lernhilfe dies genauso wahrnehmen. Und so wollen wir heute diese Lernhilfe-Körper benutzen, um unsere Wahrnehmung zu korrigieren. Das bedeutet immer, wenn wir etwas Vergängliches sehen, wollen wir dies aufgeben. Denn du als der Sohn Gottes, du kannst nicht vergänglich sein. Du kannst kein vergänglicher Körper sein. Und deshalb sind unsere persönlichen Gedanken ein unglaublich hilfreiches Mittel heute, die uns an den Geist erinnert, der niemals anders sein kann als ein Geist. Und du bist Spirit. Du bist eine geistige Anwesenheit. Und so nutzen wir heute unseren Geist, um eine friedliche Welt zu sehen. Um in einem glücklichen Traum uns wahrzunehmen, in dem alles vergeht, was wir nicht mehr benötigen. Wir sind hier, um den Kurs zu praktizieren. Und deshalb stelle ich dir noch einmal die Frage, warum praktizierst du diesen Kurs? Vielleicht wird es jetzt klarer und offensichtlicher. Und vielleicht verstehst du jetzt besser, dass deine persönlichen Ziele bedeutungslos sind. Die persönlichen Ziele sind sehr vielfältig und alle bedeutungslos. Jeder Mangel, jede Krankheit, jeder Schmerz, jedes Problem wird geheilt, wenn du beginnst zu vergeben. Das heißt, wenn du beginnst zu erwachen. Das kann ich dir bestätigen. Und so wollen wir heute auf eine leere Tafel schrauen, damit nur noch das Wort Gottes unsere sinnlosen Symbole ersetzt. Stell dir mal irgendeine, du kennst das sicherlich noch, eine Tafel vor, auf der du deine Worte hinschreibst. Körper, Krankheit, Geld, Freund, Freund, Partner, Beziehungsstress oder was auch immer. Und dann geh hin, nimm einen Schwamm und wische jeden Gedanken weg. Angenommen, du findest heute einen Gedanken in dir, der sagt, mein Partner macht Stress. Da schreibst du auf diese Tafel und wischst den Gedanken weg. Angenommen, du findest den Gedanken in dir, ich bin krank. schreib es auf die Tafel und wisch es mit einem Schwamm weg. Angenommen, du findest den Gedanken, ich brauche mehr Geld oder ich weiß nicht, wie ich die Miete bezahlen soll oder wie ich das Haus abbezahlen soll oder wie ich meine Firma über die Runden bringen kann. Schreib es auf die Tafel Wisch es weg. Und wenn es wieder auftaucht, wisch es weg. Und wenn es wieder auftaucht, wisch es weg. Bis du es wirklich nicht mehr sehen willst, bis du es in der Welt nicht mehr wahrnehmen willst und nur noch das Leuchten Gottes auf dieser leeren Tafel erscheint. Die leere Tafel ist für mich ein wunderbares Symbol, denn die leere Tafel ist die Welt, die ich letztendlich gemacht habe und die ich aufgeben kann, indem ich heute meinen Geist heilen lasse. Denn jedes Mal, wenn ich dies wegwische, wird Frieden meinem Geist zuteil. Der hat mich verletzt, wisch es weg. In meiner Kindheit wurde ich vergewaltigt, wisch es weg. Ich habe das blaue Schäufchen nicht bekommen. Wisch es weg. Meine Vergangenheit war, wisch es weg. Konzentriere dich nur noch da drauf und beobachte, dass du es auch wirklich wegwischst, sodass es nicht mehr sichtbar ist. Und irgendwann ist es wirklich nicht mehr sichtbar in deiner Welt, die du geträumt hast. Und dann wirst du in allem das Licht sehen. Jedes Lebewesen ist dir ein Kundschafter, ein Bote des Lichtes. Jedes Lebewesen wird dir von der Liebe Gottes berichten können. Die ganze Welt, die in deinem Geist geheilt ist, wird dir vom Lichte Gottes berichten. Und du wirst nur noch in sein Antlitz schauen, weil all deine Begrifflichkeiten aufgegeben wurden. Ich bin ein begrenzter Körper, wisch es weg. Ich habe hier einen Fehler gemacht, wisch es weg. Der andere hat einen Fehler gemacht, wisch es weg. Und das bedeutet, du wählst den Frieden Gottes. Du hast mich verletzt, wisch es weg. Es sind Träume, es sind Gedanken. Das Glas fällt herunter, das Glas zerschellt in tausend Scherben, wenn es herunterfällt, wisch es weg. wische die alte Physik hinweg und anerkenne die neue Physik, die universelle Physik und nicht die menschengemachte Physik, die wirklich oldschool ist. Die universelle Physik bedeutet, nichts Wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. Und jetzt passiert etwas Wirkliches. Aber solange du dir die erlernte Physik und Mathematik ständig bestätigst, solange bist du das Opfer dieser Welt, solange bist du in einem geistigen Gefängnis eingesperrt, von dem du glaubst, dass es wahr ist. Und du passt sehr genau darauf auf, dass kein fremder Gedanke hereinkommt, denn jeder lichtvolle Gedanke bedroht dein geistiges Gefängnis. Das musst du wissen. Und heute wollen wir all die Gedanken, die uns so sehr begrenzen, von denen wir glauben, dass sie wahr sind, endlich wegwischen. Wisch es weg, wisch es weg, wisch es weg. Alles. Vollständig alles. Dieser Baum gefällt mir, wisch es weg. Dieser Baum ist krank, wisch es weg. Das Wasser ist verschmutzt, Umweltkatastrophe droht, wisch es weg. Und du siehst schon jetzt, während ich mit dir auf diese Art und Weise spreche, dass dir klar wird, worum es sich dreht. Und schon diese Klarheit versetzt dich in den Frieden. Dein Kronenzentrum öffnet sich und du fühlst irgendwo, irgendwie, ohne dass du es benennen kannst, dich glücklicher. Stimmt's? Und wir haben nichts getan, außer der Wahrheit Raum gegeben, damit sie durch uns wirken kann. Das ist der Schulungsweg des Heiligen Geistes. Und wir sind hierher gekommen, die Vergebung zu praktizieren. Auf diese leere Tafel möchte ich nun schauen, um das Licht zu erkennen, dass ich bin, um Gott zu erkennen, der Licht ist. Welch eine Freude! Welch eine Liebe! Welch eine Schönheit wird uns heute zu teilen? Kannst du es fühlen? ein gut zu Ja, das ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020